Da ist das New Eden Einkaufszentrum. Aber Vorsicht, Bürgermeister Kelleyn hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt es überall Straßenspannung. Da fängt es schon an runterzufallen. So, jetzt aber. Daneben gesprungen, ist klar. Was ist los mit mir? Okay, okay. Gut. Nochmal. Jetzt haben wir es. Und fallen lassen. Hm. Mhm. Ups. Da müssen wir nochmal rauf. Halt dich fest, halt dich fest. Normalerweise schaffe ich das. Ist das peinlich. Jetzt aber runter. Und fallen lassen. Und. Jetzt haben wir es. Gut. Na dann. Hm. Auf geht's. Hallo, Ratte. In den Bereichen 3 und 4 müsste es einen Weg auf die Überführung geben. Okay. Dann machen wir uns doch dahin einfach mal auf den Weg, wa? Vorsicht, niedere Deckenhöhe. Au. Der Funk läuft über. Da kommen noch mehr Korps. Was? 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 Moment. Ich war doch noch gar nicht so weit. Gut. Jetzt haben wir es. Raus mit dir, Faith. Und jetzt lass dich nicht erschießen. Lass dich nicht erschießen. Wow. Aua. Ich hab gesagt, nicht erschießen lassen, Faith. Okay. Okay. Er meint den hier. Nehmen wir den. Nimm sie. Ja, ich nehm sie ja schon. Keine Sorge. Und rein da. Überall rote Wände. Wunderschön. Oh oh. Klingt nach großem Polizei auf Marsch. Nicht gut. Aber ich scheine richtig zu sein. Nehmen wir den Aufzug. Ja, klopp auf den Knopf. Oh man. The car of your dreams. Okay. Grand Opening. New Eden Mall. Hm. Ja. Ist irgendwie nicht so schön. Also sieht hier drin auch ziemlich steril aus. Finde ich nicht so toll. Ja, einmal durchatmen, Faith. Ich hab die Polizei auch immer noch nicht abgehängt. Also die verfolgen mich jetzt immer noch. Was ich nicht ganz so toll finde. Wo muss ich eigentlich lang? Ähm. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Muss gerade nochmal den Weg finden. Das sieht nicht so aus, als ob ich da landen müsste. Aber das sieht gut aus. Ja. Das sieht klasse aus. Oh 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 oh. Nix mit Bewegung, Bewegung. Ich lass mich doch nicht von Polizisten verjagen. Rauf, 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 Faith. Ach man. Ich hab schon wieder viel zu viel Zeit verloren. Tap, 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 tap. Gut. Auf den Lüftungsschacht. Und da rauf. Auf den Dächern gehen Kopf in Stellung. Du musst wohl gegen sie kämpfen. Ja, ich merk schon. Hä? Oh nein. Los, los, los! Los! Was? Nein! Ich bin nicht in meinen Tod gesprungen. Nein. Aber ich komm hier unten wieder an. Das ist bei Speedruns manchmal sehr praktisch, wenn der Weg nach unten länger dauert, als ich einfach umbringen zu lassen. So, Kumpel. Meine. Mach's gut. Gut. Na. Du wirst doch nicht auf eine Frau schießen. Also ich bin entsetzt. Haben wir hier noch einen? Waren das nicht immer fünf? Oder vier? Hm. Anscheinend nicht. Macht nix, solange ich nach oben komme. Solange ich nach oben komme, ist mir das alles egal. Oh oh. Da schien noch jemand übrig geblieben zu sein, der jetzt auf mich schießt. Das finde ich nicht nett. Ja, das Einkaufszentrum ist nur noch ein paar Wurz von hier. Wow. Ach so, da kann man nicht weit runterfallen. Hmhm. Na dann. Okay, Mörg hat mir gerade gesagt, dass es nicht mehr weit ist. Das finde ich gut. Weil so scharf darauf hier lang zu klettern bin ich jetzt auch nicht. Ah, okay. Und spring. Gut. Da ist nichts. Dann geht's jetzt hier lang. Hm. Hm. Oh. Hey, wer hat sein Fahrrad hier stehen lassen? Auf dem Dach. Also mehr oder weniger Dach. Hier kann man ja nicht Fahrrad fahren. Aber gut. Jedem das Seine, nicht wahr? Oh, und ich liebe diese Details. Dieses Flugzeug. Einfach klasse. Gibt einem irgendwie so ein kleines Gefühl von Urlaub. Was auch nicht. Yay. Und hier kann man den Weg... Warum rollt sie sich nicht ab, wenn ich sie sage? Ich versuche jetzt, eine Abkürzung zu nehmen. Nein. Versuchen wir es noch einmal. Okay, komm. Nein. Oh. Na gut. Man kann nämlich mit diesem Wandsprung hier auf diesen auf diesen Generator da kommen. Ich probiere es nochmal. Oh. Na komm. Jetzt haben wir es. Und dann muss man nicht dieses Rohr da hoch... Also dieses erste Rohr hochklettern. Das... Oh. Lag. Das ist bei Speedruns immer sehr praktisch. Okay, Leute. Mr. Buzz, ihr lasst mich einfach hier durch und wir sind alle zufrieden. Nein. Warum habe ich sie so früh losgelassen und warum ist sie in der Luft gestorben? Das gibt's nicht. Bewegung, Bewegung. Ich möchte euch nicht erschießen. Aber ihr lasst mir irgendwie gerade keine Wahl. Angriff. Meins. Alter. Alter. Was ist jetzt davon? Und... Jetzt. Sie haben sich verzogen. Jetzt müssen Sie reinkommen, ohne beschossen zu werden. Ach, das ist nett. Nö, das ist... Also das finde ich nett. Jetzt reinkommen, ohne beschossen zu werden, ist toll. Also, ne. Das finde ich irgendwie so persönlich eigentlich eine Voraus... Grundvoraussetzung des Betretens eines Gebäudes. Naja, egal. Mich fragt ja eh keiner. Und... Hoch da. Dann fliege ich. Ich drücke den Knopf. Wirklich. Ich drücke den Knopf fürs Abholen. Aber sie rollt sich nicht ab. Na, Wand. Da wollte ich extra jetzt mal Speed aufnehmen. Und was dann? Ist eine Wand. Und was erzählt uns dieser... Was? Nach unten? Okay. Do you dream of an apartment of an Arlington Drive? Ne, im Arlington Drive ist Pope ermordet worden. Das möchte ich nicht. Oder so ähnlich. Right, Bride. Bugspray. Callahan. Finnis. Coronon. Opus. Oder so ähnlich. Hm. Wollen wir nicht. New Eden. Wall. Oh. Ausrufezeichen. Du bist da.